Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Video hier auf meinem Kanal. Wie man sieht, spielen wir heute mal ganz besonderes Bad Wars und zwar ist es 40 vs 40. Das Ganze ist einfach eine krass riesige Map, man sieht hier schon, es gibt einen fetten, fetten Spawner und wir spielen einfach 40 vs 40. Okay, wir sparen vielleicht erstmal auf ne Eisenrüstung oder so, ich glaube es müsste alles so sein wie sonst auch immer, naja genau und dann holen wir uns hier einfach mal ein paar Blöcke, kann man ja easy sich mal holen hier, also an Ressourcen wird es uns nicht fehlen, dann würde ich jetzt mal ganz kurz ein bisschen Gold holen, damit wir uns gleich vielleicht eine Eisenrüstung holen können, wäre auf jeden Fall ganz cool glaube ich, dann hole ich mir ein Eisenschwert, ganz viele Blöcke würde ich sagen, ich denke mal Blöcke werden wir viel brauchen hier und dann laufen wir einfach mal diesen Weg hier lang, jo, er da hinten lag einfach komplett rum, mehr kann man gar nicht rumlegen, oh nein, es wurde ein Falle ausgelöst. Ich hab ihn, oder? Ja, wir haben uns gegenseitig getötet, zwar nicht ganz so geil, aber immerhin, wo ist der Spawner? Jetzt krieg ich die ganze Zeit Benachrichtigung bei Discord, man, immer wirklich, ich krieg nie Benachrichtigung bei Discord, auf einmal, ich streame, ich nehme einmal auf, ich krieg ständig welche. Oh, wir haben leider nur noch ein Bett, das ist nicht ganz so geil, okay, jetzt haben wir gar keins mehr. Scheiße, weil, ja, ich glaub, wir werden das mal verkacken, ganz easy, wie viele Leute das einfach sind. Wir müssen uns irgendwo versuchen, Sneaky langzubauen. Gott, warum sind das hier eigentlich graue Blöcke, die sind doch blau, oder nicht? Also, beziehungsweise die Gegner. Oh, nächste Runde. Bitte, ich, ich mach mich jetzt in den Stumm-Modus, ne, dann kann man mir keine Nachrichten mehr schreiben. Ich bin unsichtbar, ne, beziehungsweise ich bin, bitte nicht störend, genau. So, jetzt dürfte ich keine mehr bekommen. Hab leider so viele Fans, wisst ihr, auf Discord und deswegen. Aber wenn wir schon mal bei dem Thema Discord sind, ihr könnt auch gerne mal im Discord-Server joinen. Da sind schon voll krasse Leute drauf, voll, beziehungsweise, was heißt krasse, aber viele Leute sind drauf. Da kriegt ihr auch immer so neue Updates, falls, ja, falls ihr kein YouTube irgendwas, also, falls ihr nicht angemeldet auf YouTube seid, kriegt ihr ja trotzdem immer die Benachrichtigung, wenn ich ein YouTube-Video hochlade. Da könnt ihr Werbung für euren eigenen YouTube-Kanal machen. So, wo ist denn jetzt dieser scheiß Spawner, Spawner hier? Als ob, wie smart sind die hier? Nein! Aber jetzt wird das natürlich alles hier in ein Dingsrums gepackt. Das heißt, der in der Mitte ist, der kriegt erstmal alles. Das heißt, ich mache erstmal, ich gehe hier einfach erstmal ganz kurz schön chillig rum. Können die mal auf ihr Bett aufpassen, bitte? Ja, schön, wenigstens wurde ein Bett zerstört von denen. Ey, mal ehrlich, das kann so nicht weitergehen. Nein, wenn das Bett jetzt weg ist, dann raste ich aus, ehrlich. Der macht mich schon wieder fertig, ja, geil. Los, komm, ich brauche die Sachen. Schnell spawnen, bitte. Oh, ja. Ein zweites Bett wurde von denen zerstört. Nur noch ein Gold, bitte. Ein einziges verdammtes Gold. Ja, easy. Nein, nein, das Bett darf nicht weggehen. Nein, aus. Hört auf, bitte. Bitte, wa... Oh mein Gott. Al... Oh. Ich dachte gerade, ich fall schon runter hier, ey. Nein, bitte. Bitte, bitte. Aus. Hört auf, hört auf. Bin gerade auf dem Weg zum gegnerischen Bett. Das ist sehr wichtiger, ein sehr wichtiger Auftrag, finde ich. Ich weiß gar nicht, wo die Betten hier genau sind, muss ich ehrlich sagen. Ah, wo sind denn die Betten hier? Das ist erst die Mitte. Ja, klar. Klaro. Oh mein Gott. Bin ich gerade tief gefallen. Oh nein, das ist das... Nein. Wir haben... Wir haben keins mehr. Oh nein, jetzt wurde hier irgendein scheiß Wülder befreit. Hä? Ach komm. So, neue Runde, aber irgendwie bin ich... Hä? Ich wurde einfach in ein neues Spiel reingesaugt. Und wir haben auch noch ein Bett. Hä? Wie ehrenlos ist das denn? Das ist ja richtig mies jetzt hier. So, warte mal, jetzt muss ich mal wieder... Hä? Nein. Oh nein. Das ist gar nicht gut. What? Ja, chillig. So, alles klar. Nächste Runde. Jetzt sind hier schon wieder so viele Leute, ey. Ich hoffe, es lag nicht, weil mir steht schon wieder, dass mein Encoder schon wieder überlastet ist. Also, ich versuche erst mal auf 19 Gold zu sparen, weil ich dann mir eine Eisenrüstung, ein Eisenschwert, also was holen kann. Und das ist halt gut, weil da bin ich sehr geschützt im Gegenüber den anderen. Sie können mir doch... Ach so, ich habe schon eigentlich recht viel. Gut, das heißt, Eisenrüstung, Eisenschwert. Gut, der Rest, der kann glaube ich dann erst mal hier in meine tolle Truhe rein. Moment, was haben die denn hier gemacht? Also, man kann hier einfach drüber laufen. Ist man da schneller? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Was bringt das denn, hä? Hier sowas zu haben. Oh Gott. Ah ne, jetzt kommen hier schon noch mehr, ey. Schade eigentlich. Hätte vielleicht was bewirken können, aber... Ich weiß hier auch ehrlich gesagt nicht, wo... Was war mit meinem Arm gerade los? Habt ihr das gesehen? Was war das? Das war so im Schlag, als ob der im Schlagshof eingefroren wurde. Oh, ich habe den Spawner ganz für mich alleine. Das Gold. Ja. Gebt mir das ganze Gold. Oh ja, schön. Ein blaues Bett wurde zerstört. Das ist sehr gut. Nein, oh, 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 nein. Ihr verliert bitte nicht das Bett. Ich muss mal ganz kurz gucken gehen, wo denn hier bei uns überhaupt die Betten sich befinden. So, da hinten. Ah, alles... Ah, jetzt... Jetzt checke ich das jetzt hier erst, ey. Äh, ein zweites blaues Bett wurde auch noch zerstört. Ey, das sieht... Das sieht krass aus nach einem Sieg. Warte mal... Ein... Das link... Oh, nein. Leider ist ein Bett von uns zerstört worden. Aber das macht uns ja nichts. Wir haben ja noch zwei andere, ne? Ich glaube, wir müssen auf die linke Seite eher ein bisschen kommen. Wenn ich das richtig verstehe vom Prinzip hier. Äh, Prinzip hier. Prinzip... Prinzip... Ja, vom Prinzip her meine ich natürlich. Huch. Yo. Nein! Oh mein Gott. Wie bin ich da gerade noch stehen geblieben? Och man, das ist so dumm. Das ist so dumm. Aber anscheinend... Ich habe erst einen Kill. Das ist irgendwie traurig bei so vielen Leuten. Ehrlich. Come to base, Blue. Come to base, Blue. Alles klar. Ja, ich brauche nur ein paar Sachen. Dann komme ich. Ehrlich. Warte mal, hä? Wait a minute. Was macht der da? Aber egal, dann hole ich mir einfach... Zwei Goldäpfel, einen Feuer... Nein, einen Feuerballmensch. Und ganz viele Blöcke. So. Alles klar, dann... Oh nein. Das ist jetzt gar nicht gut. Oh nein, das ist gar... Als ob... Die haben wir ja richtig aufgeholt. Oh mein Gott. Wie habe ich den fertig gemacht? Als ob. Das habe ich noch nie so geschafft. So krass. Das war schon... Da müsst ihr es schon sagen. Das war schon OP gemacht von mir, oder? Ah, thanks. Ja, danke. Schön. Nein. Oh mein Gott. Ich bin... Das war es dann aber auch schon mit dem Video. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich hier sehr beinahe und auch noch um und vielleicht auch noch ein Abo freuen. Und dreht auch gerne meinen Diskursor vorbei. Und schaut gerne auf Deutsch vorbei. Würde mich auf jeden Fall richtig freuen. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüssi.